Ihr habt Digga, die waren alle so sauer Digga, ein... Eimer hier wo die waren... Ich mach nix! ...die gestern gekauft sind... ...denn hier oder was... ...die jetzt ganze Novia-Platz Ja, gebt das... Oh, ich hab Standbildschirm, ich hab Standbildschirm! Please nicht! Bitte nicht! Trüm mal L2, trüm mal L2, Bro! Fokussieren! Oh mein Gott, egal, es geht los! Reppetet, repressen, repressen, hier geht alles! Ich kann fokussieren! Ich kann auch fokussieren! Ah, drei Sekunden noch! Bro! Das ist erstmal für die nächsten Monate wahrscheinlich das letzte Mal der Uchi-Fortnite Es geht los, es geht los, es geht los! Jungs! Okay... Es passiert nicht! Baby! Baby! Ich bin in der Akete! Jungs, Jungs, explodier gerade! Jungs, ich bin in der Akete! Ich fang oben drauf, ich bin in den Luft reingeflogen! Ich fang oben drauf! Ich fang runter! Nein, ich fang runter, Jungs! Nein, das machst du! Das ist gejokt! Hö! Die Akete explodiert! Der William kommt jetzt! Jungs, sagen wir gut an! Ruhg, schaut mich an bitte! Bin schon weg! Der civilization erklärt! Wo bist denn du? Ich bin in der Akete im Kopf, wo ich bin! Ich seh dich, ich seh dich da! Ich seh dich! Oh mein Gott! Geht hin, hab ich schräg losgegangen? Ja, ja! Entschuldige Bro! Ja, ja! Irgendwas wird schief! Der Booster hat sich abgestaltet! Ja, hier, hier! Okay, es ist so wie damals! Rudi, ich komm zu dir! Schau mir an, Rudi! Ja, wohne, wie ich lauf! Ja, wohin! Was sagst du? Hey Jungs, Emi Amschild vorher, macht Läufstück und Sett. Die Raketen kommen doch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Raketen will mich abzunehmen. Wo ist es? 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 Ich bin... Ich bin... Oh mein Gott, es ist wieder Raketen. Übertreiben, Digga. Oh mein Gott, Digga, der Biss von Gigi. Was? Er hilft es. Boah, Digga. Wenn der jetzt direkt auf geht, kommt dann... Die Endmusik. Die Endmusik, Jungs. Jungs. Jungs, es ist so wieder Arbeit, ich finde ja gleich. Na, Bro. Bei anderen Leeren. Oh ja, ich muss es nochmal, wir lassen schon. Ich muss es zum zweiten Mal sehen. Ich muss es zum zweiten Mal sehen, Jungs. Ich muss es zum zweiten Mal sehen, Jungs. Ich kann es nicht. Doch ich stieg ja, ich kriege echt an mir, Digga, du ist schreck, ey. Na, Bro, jetzt kommt's Monster, Bro. Was ist denn das? Ey, mir, den rettet uns. Ich hab viermal vorbeigeht, ich hab mir jetzt immer vorbeigehtet, ne? Ich glaube ich glaube ich auch nicht M100% wie die Bonana sagt Dann rettet ihr uns Ich spam gerade, ne? Ich spam aber gerade, Jungs Ich spam auch, ich spam auch, ich spam auch Digga, was passiert denn? Please Digga, nein, das kann nicht sein, wenn das schwarzes Lauf kommt, dann bin ich durch Ich muss meine Lieblingsflap zum zweiten Mal sehen Wie die auseinandergenommen wird Ich kann das nicht, Jungs Ich kann das nicht Jungs, Eminem ist gerade vor mir Meine Kinderzeit wird wieder zerstört Zum zweiten Mal Der Weltmeubus ist gar nicht mehr vorbeigeflucht Wird reingezogen, Digga, schwarzes Lauf Nein, nein, nein Chill, Eminem rappt uns wieder raus Kann ich sein Chill, Eminem rappt uns wieder raus Hehehe Digga, Eminem sagt's Er ist ja, wir ist im Shady Und dann der Kommt die ganze Web zurück Insta die, Alter Mach ich auch Oh mein Gott, Digga, was ist ein Richtig Mit Eminem Ich ruhe da, Alter Das buggt grad bisschen mit mir Alter Vollgeist, Vollgeist Vollgeist Jungs So ein heffa saufett Hehehe So eine Masse Oh mein Gott, so ein Fußball und alles kommt da rein Ich ruhe da Okay, jetzt kommt Demi in den Entspannend Legu 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 Lama Legu Lama Wie willst du mich nicht vorstellen? Den Schwell habe ich schon gesehen Den Schwell habe ich schon gesehen Ja, das ist aber geil Das ist leicht Boah, Digga Sehr egal Es tut nicht die Rakete aber Jungs Jungs Es bergt, Digga Was hab ich hier 10 FBs Ich schwör wie sie so scaft aus, ne Ich lächle einfach Digga Ihr seid bei mir Let's go Ben Ben Ich bin zu Lego geworden Ich bin Lego Ich bin Lego Ich bin Lego Das mag ich euch statt, Bitsche Was ist das? Timo bist du ein Fisch-Skin, ne Ich bin Lego-No-Skin Bei Jonas und Ding bin ich Das mag ich anders Wollte Fisch spielen, Digga Ich kann als Lego Figur spielen Digga, kann ich mal landen, Digga Was ist das denn? Naja, das hab ich mir auch gehalten Lego wie das Lego wie das Was ist das denn? Was ist das denn? Hallo, ich bin Lego Hallo Ich bin ja auch nackt Ich gehe einfach nach oben Was ist das hier? Jungs, welches ist der Haar, Digga Jo, wieso hab ich so geiles Bugs? Oh mein Gott, sieht das geiles ist grad geil los Ich bin verliebt Oh mein Gott, Digga Es bracht Ich bin jetzt in der Handker Ich kann Lego-Skinnen als davor Da ist das Lama Lama Oh mein Gott, Chapter 5 könnte geiles ist grad geil werden Schafe, hey Schafe auf ganz komisch Und ein Wolf, aber Lego Er wird typisch Ich kann geworfen, Digga Oder eigentlich ist das denn, Digga Schuh Leih, ich bin gerade der Große Der könnte den Achtelixiert irgendwie Ich bin wieder normal Ich bin wieder normal Ich bin wieder normal FENIS Let's go Digga der Fisch ist so eine Posta Was will er eigentlich bei uns? Der ist der Fett Fisch, Junge Er ist ein Mare Star, Junge Er denkt, er gehört dazu Digga, ich hab's zugeleih Ist jetzt grad gedekst Das ist geil für Ben, Digga Oh mein Gott, Orkidbeak, der Auto-Modus, kann ich mal rechts steigen in das Auto? Das ist Gwen Stacy, oder? Wenn wir nicht... Wir haben besser... Digga, kann ich das Geld nochmal gewinnen, bitte? Oh mein Gott... Oh mein Gott... Du, kann ich jetzt fahren, oder was? Ach, ich kann nicht fahren. Ich hab nicht weggegeben, oder? Ach, ja! Ach, ich kann fahren. Oh mein Gott... Oh mein Gott, Digga... Oh mein Gott, Digga... Juhu, Digga... Was sind das? Oh, Jungs, Abkürzung, Digga... Jungs! Jungs! Digga, wir haben jetzt auf einmal liegen, wir haben jetzt auf einmal liegen... Äh... Jungs, das ist fuck zu hart... Ich will, das ist... Ich will, das ist... Ich will, das ist weggegeben... Jungs! Jetzt ist weggegeben... Ich gewinne das Rennen... Let's suck IT! Go! Das ist nerv advancement. Du avoir öfter, Juni. Ich war auch erster, wir haben jetzt alle lech, aber... Ich war erster Jungs... War erster... Ich war erster. Ich hab Video... Wer weiß die Biden geht unten... Ah ja, Max Saber, oh mein Gott, jetzt kommt er bei Eminem Wenn jetzt nicht Eminem kommt, dann hab ich alles gesehen Jungs, hör mal da, ich kann Feature machen Ja, moin, ich mach auch Feature, Digger Ich bin Karnier, es ist nicht mehr Dann sind wir scheiß Fischler noch wieder und so random Oh mein Gott, ist das geil Oh mein Gott Lieblings-Eminem-Songer Kann Wolf mehr liegen? Er kommt, da ist es His ponds are sweaty Ja, es ist Bruce, you're safe Jawohl, wie traf sie Aber Travis sieht ehrlich geil aus Einfach? Was muss ich machen? A ist die Ich verkacke andere Jungs Ich kann 3 auf Pialos halt, Kiffi Ich bin hier auf gepackt Ich kann nicht schon drücken, ich bin nicht so schlecht Ja, ich auch Ich kann auch schon drücken Naja, Captain OH Digger, was Ich spam einfach alles Ich spam einfach alles Ich spam einfach alles Weiß nicht Oh mein Gott, die Oh mein Gott Was ist das? Der Reifstimmer ist da Jungs Huttusgubst 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 Oh mein Gott, das ist Marsch, ey, voll, Digger. Digger, er über 2. Der Marschallplan. Godzilla, bitte, jetzt muss Schuss willkommen. Oh, bitte. Der frisst mich, Jungs. Da ist Godzilla im Hintergrund, Digger. Es ist gar nicht. Jungs, Digger. Ist der Sobe Betreffest, Digger. Der Marschallplan. Der Marschallplan. Digger. Es ist so wie Betreffest, Digger. Der Marschallplan. Der Marschallplan. Die Wege. Was ist das? Ich weiß, dass er gerade mit einem Teil kommt. Natürlich. Schuhe, du sollst. Geil, ich kenne die Aufgangswehr. Schuhe, du sollst. Look what I'm planning. Mann, stop. Look what I'm planning. Egal, Schuhe kam wieder, oder? Ich bin happy. Ich bin happy, Bro. Schuhe kam jetzt schon zweimal. Du sollst. Du sollst. Du sollst. Schuhe, du sollst. Ja, Moin. Service freut sich, das sagt. Egal, meine, äh, meine... Team-Game-Matching-Garantus kommt, du frisst alles auf. Oh, Mann. Eine Minute geht noch. Warte, eine Minute, oder was? Fünf Minuten Downtime? Nur eine Minute. Wollen wir eine Minute, fünfzig? Nur fünf Minuten. Ah, scheiße, wer da weiter? Warte mal, ne? Ja, aber wenn das das Ende vom Event ist, war das ja übelst kurz. Ja. Ja, weil jetzt hab ich eigentlich gehört, dass das übelst lang sein soll. Was denn das da? Da ist ein Bus. Ein Palmenhaus. Ein schusssicheres Auto. Ja, das sind grüne Frosche oder so, Digga. Oh, acht Sekunden noch. Bei mir noch drei Minuten und vierzig Sekunden, Digga. Bei mir auch noch eine Minute. Bei mir auch noch eine Minute. 12 Minuten eventuell. 12 Minuten eventuell. 12 Minuten eventuell. Nee, man kann gar nichts machen. Bananen ist, wir müssen noch. Ja, das ist wegen nächstes Easy. Ja. Und da ist so eine... so eine Schattentruhe. Ja. Aber das End eventuell, ja wirklich, wenn die einfach in mir nehmen. So? Also, Lego und Racing war aber auch ganz früh. Ich kann so alle... alle... besorgt. Das ist die gute aller Zeiten. Der immer noch zwei Minuten dreißig ist. Hm. Sonst kommt noch... Beenden nur. Aufziehen, Schock erst mal in einen alten Schock gehen. Geiler. Aber schau mal. Das eigentliche, was cool ist, ist wohl Mr. Lewis Hamilton. Ganz die Emotes sind Trash. Ja, Digga, Stranger Things. Hätte ich für irgendwas viel länger ist, aber... Hätte ich für irgendwas den Macarena zu holen, ne? Was? Ja. Der ist ja noch... Der ist ja irgendwo noch cool. Der hat einen weißen Bildschirm mit Schwarz zu schreiben. Der hat einen weißen Bildschirm mit Schwarz zu schreiben. Der hat einen weißen Bildschirm mit Schwarz zu schreiben. Was ich cool finde, ist Trommel-Solo. Trommel-Solo. Die Jungs, werdet ihr auch einen weißen Bildschirm mit Schwarz zu schreiben? Naja, das ist ja gleich weg. Aber es kommt... Aber es kommt... Es kommt jetzt die Frauen für so eine Schöne Lobby. Oh. Oder halt Degen, My World. Die ist ja im Moment. Die ist ja seltsam. Wir sind ja mal so. Ich bin ja so ein Gerät mit Schwarz zu schreiben. So ein Gerät von Schwarz zu schreiben. Hallo, ich bin ja so ein Gerät von Schwarz zu bekommen. Die haben ja so ein Gerät von Schwarz zu finden. Ich bin ja so ein Gerät von Schwarz zu sprechen. Oh, kommst du denn dann irgendwo? Ich bin doch immer zum Gerät von Schwarz zu fragen. Ich bin ja, meine ich hier. Da ist doch gar nicht so ein Gerät von Schwarz zu schreiben. Ich bin ja, bei derСkanzler Committeeverein. Ich bin ja dann aber auch schon. Fünfzig Sekunden noch. Hey, Maja Hie, Schark Der ist raus bei mir Der ist bei mir einfach gar nicht mehr drin, Simon, ne? Hey, bei mir ist der drin Maja Hie, Maja Hie Nee, der war gestern, war bitte, denn wir sind jetzt nicht drin Hey, der ist bei Trommel-Solo, der gleiche Reihe mit drin bei dir Ne, bei mir nicht Oh Welche, welche, welche? Bei Trommel-Solo's Hey Now, Zeit zu tanzen, get gone Bei mir ist der Wake-Up-Tanzen, Maja Hie Ja, der Einstimm-Shop ist seit gestern gebrochen Bei mir ist Maja Hie da schon drin Bei mir nicht Gestern sollten eigentlich alle Weihnachtszeit sein Ne, ganz rechts ist bei mir Ding Bei Trommel-Solo ist bei mir ganz rechts 5, 4, 3, 2, 1, und beenden Kommunikation, fehlgeschlagen Nochmal fehlgeschlagen Ich glaub, du kannst ja nicht nur nicht mehr in den Shop rein Basti Schau mal in Trems rein, bei Spielmodi Bei Trems Bei Trems Bei Trems unten Jetzt hab ich weißen Bildschirm Ja Jetzt hab ich weißen Bildschirm, aber kleiner Ja, Digga Ja, das ist einfach noch ein Bild Das ist einfach auch der Pit Einfach auch der Pit Ein paar Freunde auch schon so Was? Ich schick euch mal kurz ein Bild von meinem Screen Über Whatsapp Das ist geisteskrank Ja, ich schick dir kurz was Schon mal ein Bild Ja, ich rufe dich an den Anführer, ne? Dann müssen wir kurz eine neue Gruppe machen Ne, ne, ich komm gleich, glaub ich raus Achso Ich versuch zu liefen, aber ich weiß nicht, ob's klappt Jungs, ich kann die Sachen einstellen, obwohl ich nicht mehr Gruppe bin, du Kannste Ah ja Ey, ich hab Eminem's drin und alles bekommen jetzt Tja, Dig Ne, ist die auch noch Jetzt bin ich wieder drin Ranked ist drin Geh mal rein Du bist um jetzt Ich weiß, wie du machst es Was machen wir mal mit der Ranko rein? Ich kann gar nix reinmachen, obwohl ich nicht mehr Obwohl ich guck mal nführer bin Der Basti ist doch mal Der Basti ist doch mal Der Basti ist Basti Die Engler kann gar nix Ich hab die gehört geändert, nur um zu schauen Sehe, man kann Ranked spielen Dann hast du Ranky Du Ja, was macht ihr jetzt? Du hast doch gesagt, lass Ranked spielen Ja, will ich doch Oder wollen wir einen vierzes anderen Dicke Dicke Ach, wie schön Die haben halt Babyrun Die haben halt Babyrun rein Die haben halt Babyrun rein Dicke Was macht ihr denn? Ich mach die ganze Diese Ranked spielen Oh ja, das war's Ich mach die ganze Ich mach grad gar nix, Dicke Ich hab gleich den Controller an der Hand Ein fetter Sauen, Dicke Das ist ein Lüger Dicke Was macht die denn? Dicke, Basti, lass das doch Dicke 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 Ich mach nix, Halle Ich hab die Roller nicht mehr in der Hand Ey, Basti, du bist ein Männchen Ich kann Ich schau grad Ich schau grad mit Ben Dicke 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 Ich mach automatisch, glaub ich For real Bro, ey Ich check's auch nicht Das ist ja ehrlich sein, dass du so too much ischhaft Dicke 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 Think Dicke 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 Also hast du die ganze geändert? Ich hab gar nicht gehabt... Dicke 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 Bangle Dicke Entschuldigung. Ich hab nichts gemacht. Warte auf Beginn der Spielersuche. Das ist es nicht. Das ist normal, okay. Bist du längst aus Jungs? Bist du längst aus Jungs? Abbruch! Abbruch! Ich kann nicht abreden. Ich auch nicht. Ich bin im Server Jungs. Oh, ja, ich bleibe schon jetzt. Ich auch. Nund. Es ist sagermal. Heute sind wir noch in der Oceana, ja Moin.